Der Mensch steht im Mittelpunkt. Ein Leitbild, dem die Klinik Wersbach sich verschrieben hat. Zur Heilung von Körper und Seele bietet die Klinik den Patienten seit mehr als 19 Jahren erfolgreiche Therapien und Behandlungen an. Wir sind in der Lage, ein breites Spektrum seelischer Erkrankungen in der Klinik Wersbach zu behandeln. Zudem zählen wir einfache und wiederkehrende depressive Störungen, Angsterkrankungen, Phobien, Belastungsstörungen und Anpassungsstörungen und im Weiteren auch Persönlichkeitsstörungen. Das professionelle Ärzte- und Klinikteam bietet einzigartige und individuelle Therapien modernster Art. Wir sind in der Lage, unsere Patienten zu verstehen und individuell auf diese einzugehen. Wir bieten ein breites Spektrum von Behandlungsmöglichkeiten an. Dies ist einerseits die ärztliche Diagnostik und Therapie. Darüber hinaus stellen wir ein weites Spektrum komplementärer nonverbaler Therapieformen zur Verfügung, wie beispielsweise Musiktherapie, Kunsttherapie, Bewegungstherapie und Sport. Die traditionelle chinesische Medizin ist ein weiterer Bestandteil unserer Behandlungskompetenz. Die Klinik Wehrsbach liegt hier ruhig umgeben von Wald und reiner Luft und ist der ideale Ort, um seelische Erkrankungen professionell behandeln zu lassen. Die Einzelpsychotherapie bietet natürlich Patient und Therapeuten auch die Gelegenheit, über den gesamten Behandlungsverlauf, Symptome und die Prozesse und die Problematik des Patienten zu behandeln und zu verfolgen, um auch für den Patienten zu einem optimalen Ergebnis zu kommen am Ende. Neben Einzeltherapiegesprächen werden den Patienten auch unterschiedliche Arten von Gruppentherapien angeboten. Da sind zum einen die diagnosespezifischen Gruppen, wie die Angstgruppe und die Depressionsgruppe. In diesen Gruppen haben die Patienten die Möglichkeit, ihre Erkrankung besser kennenzulernen, haben auch den Austausch mit anderen Betroffenen, erleben sich dort, dass sie nicht alleine sind und können auch direkt Umgangsformen erlernen. Und sie kriegen Techniken an die Hand, womit sie besser mit ihrer Erkrankung umgehen können. Für die Mitarbeiter der Klinik Wehrsbach stehen sie im Mittelpunkt. Deshalb freut sich das Ärzteteam, ihnen in ihrer Notsituation helfen zu können. Die Klinik Wehrsbach – ein Ort der Hilfe und des Wohlfühlens. Der Klinik Wehrsbach ist ein Ort der Hilfe und des Wohlfühlens. Vielen Dank.